Diese Frauen sind extrem gefährlich, aber nicht, wenn du eine davon bist. Es geht um Frauen, die sich nicht mehr täuschen lassen, die man nicht mehr anlügen kann und die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Es geht um Frauen, die den Leitsatz haben, was ist, das ist. Das heißt, sie nehmen an, was gerade auf der Welt so passiert, also in ihrem Leben. Sie bringt es nicht durcheinander, sie kämpfen nicht dagegen an. Sie leben nach dem Grundsatz, change it, love it or leave it. Das heißt, ändere es, liebe es oder verlasse es. Das ist extrem kraftvoll, denn diese Frauen, die sind so stark innerlich und die sind tatsächlich sehr, sehr große Vorbilder für andere Frauen. Ich war früher genau das Gegenteil von dieser starken Frau. von der ich gerade spreche, denn ich habe jedem die Schuld gegeben an meiner Misere. Es waren immer die anderen Schuld. Vor allem mein Partner war schuld, dass es mir schlecht ging. Und ich habe gegen alles, was so passiert ist, gekämpft. Wirklich gekämpft. Und es hat mich meine ganze Energie gekostet. Es hat mich meine Lebensenergie gekostet. Es hat mich meine Stärke gekostet. Also ich war ein Häufchen meiner selbst. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich war kraftlos. Ich war verzweifelt. Ich war frustriert. Ich war ein Opfer meines Lebens. Und dann habe ich angefangen, das zu verändern. Und habe es so gemacht, was ist, das ist. Also wir schauen uns die Situation an, wie sie jetzt gerade ist und lassen sie so. Und schauen sie uns an und lassen sie so, wie sie ist. Das ist der erste Schritt. Und all das lernst du bei mir in meinen Programmen. Wenn du auch genug davon hast, Opfer zu sein. Wenn du genug davon hast, dass du anderen die Macht gibst über dein Leben, über dein Wohlbefinden, über dein Glücklichsein. Dann kommt zu uns ins True Self. True Self heißt, du wirst wieder zu deinem wahren Selbst zurückgeführt. Denn was ist dein wahres Selbst? Dein wahres Selbst ist reine Liebe, reines Licht. Und das kannst du wieder finden. Denn du hast es immer noch. Aber es ist versteckt. Es ist gedimmt. Und wir holen dieses Licht hervor. Wir machen es stärker. So kannst du zu einer starken, vorbildlichen Frau werden, der keiner mehr so schnell was vormachen kann. Interesse? Melde dich bei mir. Und wir besprechen, was alles bei dir geht. Ich freue mich auf dich. Alles bei dir geht. 계속 weit. Alles bei dir58ここ. Unsere Licht.